Dem Willen des Menschen wird stets Rechnung getragen, das weiß auch mein Gegner, der darum bemüht ist, ebenfalls auf den Willen einzuwirken und er auch oft Erfolg verzeichnen kann, weil der ihm zugewandte Wille zumeist noch den Menschen beherrscht, ehe er mich gefunden hat und die Abwendung von meinem Gegner nun bewusst vollzieht. Weder ich noch er wirken zwangsmäßig auf den Menschen ein, aber sowohl ich als auch er ringen um seinen Willen und suchen ihn zu gewinnen. Der Mensch aber entscheidet sich selbst und seinen Willen entsprechend nun kann ich an ihn herantreten oder mein Gegner von ihm Besitz ergreifen. Darum wird von beiden Seiten alles getan, um eben den Willen des Menschen zu gewinnen. Aber es wird auch dieser Wille geachtet, weil er frei ist und wenn auch mein Gegner keine Rücksicht nehmen wird, er ist aber machtlos einen mir zugewandten Willen gegenüber. Darum ist dies schon ein großes Plus für die Seele, wenn der Mensch willig ist, mich anzuhören und er mir also die Möglichkeit gibt, um seine Seele zu ringen. Dann kann ich ihn erst einmal ansprechen, dann wird auch die Seele die Kraft empfinden, die in meiner Ansprache liegt, und sie wird sich stets mehr mir zuwenden, je mehr sie mein Wort anhört, im guten Willen das Rechte zu tun. Wendet sie sich aber ab, wenn ihr mein Wort tönt, dann kann mein Gegner von ihr Besitz ergreifen, denn dann gibt sie offen Kund, dass sie ihm noch hörig ist. Und so finden ständig Kämpfe statt zwischen den Kräften des Lichtes und der Finsternis um die Seele des Menschen. Und diese allein gibt den Ausschlag, welche Kräfte den Sieg davon tragen, denn die Seele kann ihren Weg frei wählen, denn sie gehen will. Sie kann und wird nicht gehindert werden, weder von guter noch von böser Seite. Sie kann immer nur beeinflusst werden, die Entscheidung liegt aber bei ihr selbst. Und auf diesen euren Willen also solltet ihr achten, dass ihr euch nicht dem übergebt, von dem ihr frei werden sollt und auch kennt, im Erde leben. Denn eure freie Wille ist eures Innerstes Wollen und Denken, eure Innerstes Verlangen, wie es sich richtet, ob mir oder meinem Gegner zu. Aber entsprechend euren Willen tritt auch das Erderleben an euch heran. Entsprechend euren Willen ist mein Heilsplan entstanden und entsprechend diesem Willen treten alle Geschehnisse schicksalsmäßig an euch heran. Und immer ist euch Gelegenheit geboten, den Willen zu wandeln, wenn er zuvor noch dem Gegner galt, ihn zu richten, mir zu, der ich ihn nun auch ziehen werde mit sanfter Gewalt, doch niemals zwangsweise auf ihn einwirke, um den freien Willen nicht zu gefährden. Ihr selbst gebt den Ausschlag, welchem Herrn ihr euch zu eigen gebt. Ihr selbst könnt euren Willen richten und er wird jederzeit von meiner Seite ausgeachtet werden, wie er auch niemals von Seiten meines Gegners zwangsweise sich selbst zugelenkt werden kann. Und so wisst ihr, dass ihr selbst eure Los entscheidet für die Ewigkeit, dass ihr selbst euren Weg zu mir nehmen, aber auch bei meinem Gegner verbleiben könnt, dann aber auch unwiderruflich die Folgen tragen müsst, wenn euer Erderleben einmal beendet sein wird, dass euch nur zum Zweck der Willenswandlung gegeben wurde und dass euch gänzliche Freiwerdung aus der Form, aber auch erneute Gefangenschaft eintragen kann, je nachdem ihr das Gnadengeschenk des Erderlebens auswertet zum Heil eurer Seele. Aber die Freiheit des Willens ist euch jederzeit gewährleistet, denn in aller Freiheit sollt ihr mich erwählen zu eurem Herrn und euch abkehren von meinem Gegner. Aber ich werde euch jederzeit zur Seite stehen, wenn ihr nun euch mir zuwendet, wenn eure Wille von meinem Gegner sich absondert, denn dann gehört ihr mir und ich lasse ewig nicht mehr von euch. Ihr werdet mein verbleiben, ewiglich. Amen.